Das Benutzerinterface ist aufgebaut. Jetzt kümmern wir uns irgendwie darum, dass die Information vom orangen View Controller auch auf unseren Main View Controller fließen kann. Dann zeige ich euch in diesem Video, wie man es nicht machen sollte, wie es aber funktioniert. Und okay, ja, erlaubt ist, was gefällt, könnte man so stehen lassen im Raum. Trotzdem wird es gute Gründe geben, es nachher nochmal anders zu machen und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Ich kann euch natürlich nicht reinreden, wie ihr eure Apps entwickelt, aber wenn denn das Problem wirklich so einfach ist, wie es sich jetzt hier darstellt und wir nur diese zwei Controller haben, die miteinander reden wollen, dann können wir uns den Aufwand doch ein bisschen reduzieren. Schön ist aber anders, so genug der Vorrede. Ein Orange View Controller soll dem View Controller dieses Information Label Text setzen. Ja, und damit haben wir schon fast den Algorithmus ausgedrückt, den wir jetzt hier implementieren werden. Wir gehen in den Orange View Controller und bauen uns eine weitere Stored Property auf, nämlich eine Variable und wir nennen die unseren Main View Controller. Was soll denn Main View Controller bitte sein? Das soll sein eine Instanz der Klasse View Controller. Da wir vom Orange View Controller nicht den Initialisierer überschreiben können, weil das auf magische Weise von Apple innerhalb des iOS Frameworks geschieht, bleibt uns nur die eine Chance, machen wir halt den View Controller Optional. Ja, was jetzt, View Controller, Apple oder wie? Nee, nee, Leute, View Controller, rechte Maustaste, Jump to Definition. Das ist ja hier unser View Controller, der da. Der, der im Storyboard hier mit der Überschrift Main versehen ist. Und unser Orange View Controller bekommt jetzt eine Stored Property namens Main View Controller eben von genau diesem Typ. So, jetzt müssen wir also nur noch, wenn wir vom Main View Controller zum Orange View Controller gehen, die Instanz des View Controllers übergeben, also quasi uns selbst. Wir übergeben uns. Ja, hoffentlich nicht im wörtlichen Sinn. Hier gehen wir also in den View Controller herein. Da war doch unser Prepare for Segway. Wir wissen, dass wir einen Orange View Controller haben, dessen Information Text Model haben wir ja schon gesetzt. Und jetzt gehen wir einen kleinen Schritt weiter und sagen, lieber Orange View Controller, dein Main View Controller, wer ist das? Wer ist das? Das sind wir selbst. Wir übergeben uns selbst. Ich habe es doch gesagt. Und damit hätte jetzt der Orange View Controller einen Main View Controller als Instanz zur Verfügung. Wenn denn das so ist, dann kann doch der Orange View Controller, wenn er verschwinden will, auch auf diesem Main View Controller irgendwas setzen, irgendwas tun. Und dann werden wir das hier mal hinschreiben, dass wir sagen, Also, wenn ich einen Main View Controller habe und nur dann, und das ist schon die Frage, wie sollen wir das kodieren? Sollen wir das umständlich machen, indem wir sagen, habe ich einen Main View Controller und ist das gleich mein Main View Controller? Und jetzt sagt ihr wieder, hä, ist A gleich A? Was soll denn der Blödsinn? Ja, also, hm, kurz erklärt. Main View Controller ist ein View Controller, aber optional. Kann also nil sein oder einen Wert haben. Der ist ja so lange nil, wie unser Main View Controller den mal mit irgendeinem Wert setzt. Wenn das nie passiert, wäre ja Main View Controller, hier unser Stored Property, immer nil. Jetzt will ich aber beim View will disappear wissen, habe ich denn eine Instanz von dem Main View Controller? Und dann kann ich sagen, pack mir doch mal diesen Main View Controller aus, wenn er nicht nil ist. Und wie möchte ich, dass die Variable heißt? Ja, Main View Controller. Es ist übrigens eine Konstante und keine Variable. Steht ja if let da. Dann könnte ich hergehen und sagen, lieber Main View Controller, du hast ein Information Label und dieser Text, der soll sein, was in meinem Information Text Field der Text ist. So, jetzt wird uns Xcode, glaube ich, wieder ein bisschen helfen mit der Hervorhebung, dass ihr auch wisst, was gemeint ist. Ich klicke mal diesen Main View Controller an und schaut mal, damit ist unsere Stored Property gemeint. Jetzt klicke ich mal diesen Main View Controller an und damit ist dann diese Konstante gemeint und nicht mehr die Variable. Wir überschreiben also die Main View Controller Stored Property mit einer neuen, lokalen, konstante, gleichen Namens. Das ist erlaubt. Das ist auch erwünscht. Das seht ihr in tausenden von Zwift-Projekten. Ihr müsst nicht zwingend sagen, wieder einmal so etwas wie, das soll Main Controller sein. Ja, das sieht man dann leider auch oft. Und Main Controller ist eben nur gesetzt, wenn Main Controller als Stored Property nicht nil ist. Ich mag das nicht und deshalb mache ich das nicht. If let Main Controller gleich Main View Controller, dann weisen wir den Wert zu. So, ist natürlich relativ aufwendig, was wir hier kodiert haben. Gucken wir aber erst mal, ob es funktioniert. Gönnen wir uns doch mal ein Erlebnis. Anwendung starten. Simulator kommt. Wir gehen auf den Orange View und wir sagen, yeah, baby. Und wir gehen zurück. Und wir haben in unserem Label ein yeah, baby, weil das die Information ist, die wir im Orangen View Controller in das Textfeld eingetippt haben. So, jetzt hatten wir hier also das sehr umfangreich geklärt. Geht das auch einfacher? Bitteschön. Ja, geht es. Wir haben doch Zwift. Most sexiest development language on the planet. Und dann schreiben wir doch einfach folgendes. Liebes dort Property Main View Controller. Wenn es dich gibt, wenn du da bist, wenn du eine Instanz bist, dann hätte ich gerne, dass dein Information Label Text das wird, was in meinem Textfield als Text steht. Schaut mal, eine Zeile, drei Zeilen. Wesentlich schöner. Optional Chaining. Wenn du Stored Property nil bist, dann wird das alles ignoriert. Wenn du aber da bist, dann setze bitte den Text von deinem Information Label. Ja, ja, ihr glaubt mir ja nichts. Also lassen wir es mal ausführen und gucken, was passiert. Und Sie sehen, wir gehen auf den Orange View und wir haben hier nochmal ein freundliches Hello World. Und wir gehen zurück und wir sehen die Hello World in unserem Label, weil die Information übertragen wurde. Also das soll der Weg 1 sein, der aber nicht so schön ist. Warum ist der nicht so schön? Naja, weil jetzt der Orange View Controller mit unserem View Controller irgendwie verheiratet ist. Und der sogar noch wissen muss, dass der View Controller ein Label hat, was Information Label heißt und fummelt also dem anderen Controller im User Interface rum. Dass das geht, sehen wir hier. Dass das in diesem Beispiel, wenn eure App nicht komplexer ist, auch ein möglicher Weg ist, wissen wir jetzt auch. Aber geht besser, geht sauberer, wir haben Swift, wir haben Möglichkeiten und welche genau, sehen wir dann im nächsten Video.